So An der Schneefalltaverne finden Gut, gut Kommt man hier wieder in die Oberstadt Unterstadt Arenaplatz Oh, was ist denn das? Oh, man findet hier so verdammt viel Festkanal Geil, komm ich hier nicht mehr raus Kommt hier hin, macht mir auf Hey Machst du mir wenigstens auf? Boah Ernsthaft? Ne, hier müsste ich aber keinen Streit anfangen Super Ich hab hier Streit angefangen Oh Ich wollte doch in keine Wohnbaracke gehen Ey Na Ich möchte doch hier irgendwo hin Wo es hier raus geht Verdammt nochmal Hier geht es raus, oder? Unterstadt Barackenplatz Ich hoffe mal, dass es hier raus geht Ja Hier sieht so aus, als würde es hier raus gehen, oder? Ne Hier gehe ich wieder runter Verdammt Verdammt Hier geht es raus Also ich muss hier durch Mitwärts Hm Nicht eh Die ganze Taste So Hier muss ich hin Warte mal Und Hier hoch Oder? Ich meine schon Ja Gut, gut Ich muss hier nichts anderes sagen Ich muss hier sein da Nick Ich bin hier Oh Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Unterstabt Hauptkaverne Fischhüttel Hier möchte ich keinen Fisch essen Das Zeug ist zu heftig Mal gucken was es so schönes gibt Achs Südviertel Jetzt laufe ich richtig Ja hier geht es bergauf Immerhin Ich kann auch einfach so zum Miradenturm gehen Das ist um einiges schneller Wenn nicht irgendwie Irgendwas kaputt geht Nichts kaputt Gut Wir können hochlaufen Hatte der Schluck auf? Naja So Weltkarte Müssen Schneefülltaverne Hier ist wirklich sehr Wirklich sehr viel Das ist schon cool Gut Schreitet wohl die Dame Wohin soll es gehen? Sicher doch Wohin soll ich euch bringen? Und da kann ich mich nochmal bei der einen Frau ausrüsten Denn die hatte wirklich coole Sachen Meine ich Ob man auch gut benutzen konnte Dann muss ich mal irgendwann mal irgendwo nachgucken Wo man Ich hab die doch schon mal entdeckt Die Schneefülltavernen Schneefülltavernen Was wollt ihr? Schneefülltavernen Eine Partie? Kommt selbst euch doch Hier Noch eine erschöpfte Seele Was darf sein? Aber immer doch Genau die hat doch hier Stahlpfeile ohne Ende Entropie Das ist schon ein geiles Ding gewesen Ähm Genau die hat hier alles mögliche für Ah Okay Ich muss mal kurz Auf bald Inventory Erstmal meine Meisterbuch der Verzauberung Ähm Die beiden kann ich ja dann verkaufen Die brauch ich Nicht Aber Ich habe Sechs Handwerkkunst Da kann ich Rhetorik Schlösserknakten Und jede Menge In Entropie Und Elementarismus Und leichte Rüstung Stecken Aber dafür Schreitet wohl Nein Auf bald Dafür brauche ich erstmal Meine Z Meine zweite Meine zweite Rüstung Zack 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 Moneftige Leist Füßigkeit Und Zack Noch eine erschöpfte Seele. Aber immer doch. Ja, bitte. Einmal, äh... Da. Das kostet ja gar nichts. Gut, dann hätte ich gerne von dir. Einmal. Gesellenbuch. Scheiße. Handwerkskunst. Ich baue schon ein Expertenbuch. Ähm... Schlösser knacken, genau. Wie viele? Nehmen wir mal drei. So. Und dann... Hätte ich gerne noch Rhetorik. Zwei. Und ich hätte gerne... Handwerkskunst... Handwerkskunst... Wo bist du denn da? Handwerkskunst... Ein... Gut, gut. Erstmal... Auf bald. Alles nehmen. Nein. Ich möchte Inventory haben. Da. Genau. Expertenbuch. Handwerkskunst. Zack. So, Gesellenbuch. So, Gesellenbuch. Schlösser knacken. Mist. Ja, egal. Gut, gut. Rhetorik auf 27. Das alles erhöht. Wunderschön. Jetzt brauche ich... Ah, nein, das will ich nicht. Das habe ich jetzt gelernt. Jetzt habe ich noch 20. Noch eine erschöpfte Seele. Aber immer doch. Vermutlich haben die für seine Experimente. Was habe ich denn hier noch Schönes? Rote Sonne 109 gibt die... ...Stab der Erdung. Ja, komm. Kann ich auch noch weglegen. So. Dann, äh... Gib mir mal hier... Expertenbuch. Leichte Rüstung. Boah. Das Zeug ist teuer. Gibt mir ein... ...zleichte Rüstung. Ein Elementarismus. Ein Entropie. Hier. Entropie war das. 52 Kosten habe ich nur noch. Habe ich hier noch was Schönes? Nach Wertsteiger. Schattenstahl. Glimmerstopp Rezepte. Das Goldene Haus. Nein. Die beiden Meisterbücher. Äh... Die kann ich... ...zack. Morgenlufttank. Äh... Momentarismus. Äh... ...Magnischutztank. Unsichtbarkeitstrank. Widerstehe. Feuerschutz. Forstschutz. Schock... ...Schock... ...Schockschutztank. Verbessert. Feuerwiderstand. Gut, gut. 495. Das ist teuer. Ähm... Gut, gut. Gib mir noch mal ein paar leichte Rüstungen, bitte. Wo bist du denn? Hallo? Expertenbuch natürlich. So, leichte Rüstung. Na? Da. Expertenbücher. Auf bald. Äh... Nein, nein, nein. I-Inventar. So. Entropie. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Leichte Rüstung. Lichtmagie. Mh... Wir haben nicht nur die Handwerkspunkte. Hallo? Ah, egal. Ich meine, es ist nicht gut, gut, gut. Da muss doch was faul gewesen sein. Vermutlich war er Knochenmagier oder sowas. Und aus den Tieren wollte er eine untoten Armee machen, um Arke einzunehmen und sich an dem Bund zu rächen? Ich muss ihm noch alles zweimal sagen. Kaninchen, Fuliek. Kaninchen. Die Menge macht das Gift. So sagt man doch, oder, Mesdame? So sagt man, ja. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Hab Dank für eure Hilfe. Ich nehme an, du hast mitgehört. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du? Wollen wir aufbrechen? Natürlich. Gut. Komm, folg mir. Hier ging es doch raus, wie? Meine Damen. Nordwindsgebirge. Uff, ist das kalt. Heute Morgen. Vielen Dank.